Das ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Part 51. Jetzt geht es weiter, wo wir aufgehört haben. Warum tun Sie das? Ich begleiche eine Schuld. Das ist ganz der Gehäte. Bei Wegen. Ich glaube... Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Oh, Mann. Und jetzt. Ah, immer ausweichen. Okay. Okay. Oh, ich glaube jetzt... Er wird wohl langsam müde. Ab in den Nahkampf. Verenden wir es. Oh, yeah. Mach einen Abflug, Lee. Ich muss meine Chance abwarten. Aha. Auf. Oh. Ich bin so kurz und fuhren die Bade. Zack. Schnell jetzt, bevor er sich erholt. Oh. 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 Der springt doch. Ecken rum. Ich habe es doch bald woanders helfen. Was ist. Okay. Alles klar. Komm. Ja, halt. Warte. 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 Ja, halt. Okay, eine 1er-Runde. Ich will Ihnen nichts wehtun! Nichts kann mir wehtun! Wirklich? Verkiss es! Yeah! Fein! Hohoho! Keine Bremsen? Jetzt sind Zug anhalten! Jetzt hat es Zug anhalten, Spidey! Ja! Das kenne ich doch vom Film oder was? Ja! Sorry! Kauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja! Das ist noch 1. Wieso? Ja! 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 Geschafft! Puh! Das war knapp! Gerade noch so! Nächster Halt! Knast! Mhm! Boah! Alter war das knapp! Der Kampf war gut! Der war nicht schlecht! Der war super! Okay! Mal gucken wie es weiter geht! Der Kampf war schon mal nicht schlecht! Der war auch genial! Reft! Ab in den Knast! Mhm! Mhm! Bring die Ladung zurück ins Labor! Bewegung! Also! Verdammte Axt eigentlich! Hier spricht Mary Jane Watson! Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht! Und ich rufe schnellstmöglich zurück! Äh! Hey! Ich bin's! Sag Bescheid wenn du reden willst! Noch nicht bereit zu reden! Okay! Und das ist jetzt nicht reden? Okay! Es ist übrigens vorbei! Vorbei! Na gut! Nein! Nein! Nicht die Art von vorbei! Oh Gott! Spidey das! Oh Spidey was du gleich wieder denkst! Ich weiß das gerade einen Schreck gekriegt! Das war ich ja am Handy! Bitte sag nein! Bitte sag nein! Ha! Okay! Bitte sehr! Aber vielleicht... Und... Nicht okay! Ich brauche etwas zu sein! Was gibt's da nachzudenken? Setz die Frau nicht unter Druck! Sie ist eine Frau! Klar! Ich laufe! Du hast es geschafft! Lee kommt ins Raft! Du hast es geschafft! Der Teufelsatm ist sicher weisselbe! Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel! Deine Heldetaten sind mein Papierkram! Aber weißt du was? Gute Arbeit! Danke Juri! Das habe ich gebraucht! Okay! Dann los geht's! Bei der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen! Aber ich gucke gerade immer nach Anzügen! Ah! Ja! Perfekt! Hier! Herausforderungsmagen brauche ich jetzt hier ein paar! Und dann hier... Wow! Forschungsmagen brauche ich hier auch noch! Okay! Die zwei waren nur jetzt neu! Äh! Äh! Eisner Arm! Hm! Iron Spider Anzug! Oh! Der Iron Spider Anzug! Den würde ich gerne nehmen! Da brauche ich Herausforderungsmagen! Habe ich nix! Und dann noch drei Herausforderungsmagen! Ah! Cool! Dann werden wir uns die wahrscheinlich mal holen gehen! Wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein! Gut! Hm! Herausforderungsmagen kriegst du wo? 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 Hier! Dann schnell hier oben hin! Jetzt müssen wir uns hier schon ein paar Herausforderungsmagen holen! Und dann haben wir das nämlich auch! Hi! Boah! Dann würde ich nämlich diesen Iron Anzug holen! Und dann den tragen für eine Weile erstmal! Wenn wir ein bisschen hier tragen alle! Das wird bestimmt geil! We got this Spider-Man, thanks anyway! So! Mhm! So! Mhm! So! Dann schwingen wir uns erstmal schnell zu dem Gebäude hier rüber! Und dann gleich hier runter! Hm! So und los geht's! So! Mhm! Mhm! Ich brauche ein paar Marken jetzt! Mhm! Mhm! Wie hat Jonah mich so gut bezahlt! Hm! Jawoll! So! Dann haben wir jetzt den hier! Dann! Okay! Wo sind denn die Penner? Verdammter Hundekopf! Oh! Hier ist nur noch vernehm! Oh! Okay! Weils! Wir können... diese penner die nerven mich gerade so derbe mit dem scheiß ernsthaft also nervt mich doch jetzt nicht mit einem scheiß hier alter ok scheint alles soweit in ordnung zu sein ja hat mich jetzt so derbe jetzt hau doch mal ab man mit euren scheiß hier jetzt reicht's alter da Jetzt hau in den Shop weiter. Und jetzt weg mit dir, Alter. Merf mich jetzt nicht. Alter. Ja, natürlich sind die zu viel angespannt, die Trottel. So, dann wähle ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich.